hallo ihr lieben wir sind es wieder ja und andere aus spanien hola ihr lieben ihr lieben hola ihr lieben nein ich warte jetzt nicht hallo und einen schönen guten tag eines dias ein was sagt man noch das kann man schon fast sagen oder kann man sagen hallo ihr lieben das ist jetzt bestimmt schon der vierte versuch oder sowas du kannst ruhig mal begrüßen wir fahren jetzt schon zum fünften oder sechsten mal an ihr seid gegrüßt am heutigen tag was haben wir denn heute zum tag heute ist der erste ja der erste februar genau hallo ihr lieben wir versuchen es noch mal wir haben schon mehrere anläufe jetzt gemacht ja holla sagen wir einfach oder buenos dias passt auch es geht uns gut wir sind jetzt schon über einen monat und tour und uns gefällt wunderbar hier die sonne scheint das lüftchen geht es kann nicht besser sein im sommer ja wir haben heute 25 grad zum beispiel so in der dreh im schatten sind vielleicht 20 grad oder so aber das passt wir fahren gern mit dem rade schauen uns dies und das an es ist einfach himmlisch wir sind hier beim himmel auf erden oder wie sagt man das naja aber wir wollen nicht so lange ratschen wir sind haben jetzt schon über eine minute euch voll gesappelt wir werden dem monat hier noch bleiben dies ist unser stellplatz so davon ist unser empfang das kleine häuschen dort ein bisschen dran das ist unser stellplatz von der anderen seite hier sind unsere waschwöglichkeiten und hier ist unser der nachbar der uns immer freudig begrüßt eigentlich ist das ja eine nachbarin jetzt sind wir gelandet in polo mares das ist ein kleiner ort bei uns in der nähe der ist relativ klein da drüben wo die nelly steht das ist ein supermarkt heute ist der deutsche sommer ausgebrochen das sind erdbeeren und das sind erdbeeren schaut euch das doch mal an wie groß sie sind hallo ihr lieben wie immer und jetzt müssen wir mal hier rum und jetzt zeigen wir euch mal hier wer so alles hier da ist und wie wir essen ach das wird vielleicht gar nichts hier so hier alle aber hochwinken nur quatsch im kopf nur quatsch im kopf hallo hallo jetzt muss ich euch was zeigen unser backofen sieht das toll aus Nelly hat das halt gezaubert so jetzt hat er mich ein bisschen umgelegt so jetzt hat er mich ein bisschen umgelegt doch die flamingos stehen doch hier wunderschön hier sind sehr viele vögel auf dem see wie eine oase die so jetzt wie hier 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 hier